Das große Wundergrusel-Wegend. Doch schaut es ja ganz normal aus, recht österlich. Und der Ursula mit frohen Ostern. Dann schauen wir mal. Ziemlich groß das Schwert. Das passt ideal. Weil wenn das recht gruselig ist, was da jetzt auserhofft, dann kann ich doch gleich mal... Halt sie bereit? Ich wissen nicht. Ich glaube, das ist irgendein Nest. Also es sind drei Teile. Fangen wir mal mit dem an. Ich glaube, das ist das gruselige. Oh, dem fehlt schon ein Ohr. Der hat es nicht überlebt. Der hat es nicht überlebt. Schau. Oh, wie gruselig. Aber dann stellen wir mal her. Einmal. Dem ist der Kopf abgefallen. Nummer zwei. So. Der hat mir auch irgendwo scheppern. Nee, aber es ist noch ganz. Mal schauen, wo ist es ausgefahren. Der legt den Filter von uns an. Und los. Der hat ein bisschen entspannt. Und noch mal ein kleines. Tatsächlich. Oh, nee. Osterhausen-Pamilie. Wie gut er ist. Bis auf den, der ein bisschen den Kopf verloren hat. Hat die ja geholt. Danke. Danke.